Und los geht's. Hallihallo und herzlich Willkommen zurück zu TTT mit einer großen Truppe heute. Darunter befinden sich Ästhetik. Hi. Chris Gold. Hallo. Der Bleddick. Kuhu. Nemesis aka Mattes. Juhu. Der Erzi. Guten Abend. Mein heimlicher Verehrer Stevie. Äh, what? Traitor Sascha. Lavend. Potato Aim, äh Force, tut mir leid. Und unser, unser, unser Führer möchte ich jetzt nicht sagen. Unser Chef-Utter. Ja, Pro-Chef ist es. Ich wünsche euch viel Spaß, ich gebe die Runde hiermit frei. Du bist der Sohn von Tails in Sonic. Richtig. Er sagt erst mal richtig. Ich hab ich dann aber was? Ekels. Alter, Tails ist ein Eichhörnchen oder so, ne? Oh. Schön mal Sascha. Sascha ist K.O.S. Ja, ja. Warum ich K.O.S.? Weil Sascha Traitor ist. Einfach so, ja. Weil du Traitor bist, weißt du doch. Habe ich doch gesagt, dass er Traitor ist. Ey. Bananabomb dahin geschmissen. Null. Ja, das war Sascha. Der wirft sich jetzt heimlich nur selber damit ab, damit alle denken erst inno. Ja, Alter steht hier rum. Ja, und Sascha wirft. Ja, war klar Sascha. Das ist noch eine Pfaffe, ey. Ist klar. Woher kommt Ästhetik denn hier unten, ey? Hallo. Sascha kommt von zuhause. Hallo. Er tauchte auf einmal aus dem Swimming-Puser heraus. Ich brauche die Munition. Nein. 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 Kann man da rein? Ja. Ich bin da rein. Ist das wirklich? Erti. Sascha, ist es wirklich? Stirb doch! Geh weg, Matisse bitte. Hä? Warum schreien? Man kann das auch leise im Gefühl haben. Ich habe eine Schrotze gefunden. Die ist leer. Wtf. Danke sehr. Oh, hier ist Sackrasse. Hallo, Erti. Leute. Sackratte? Was? Was war das gerade? Sackratte? Ohne Witz? Hä? Habe ich denn das eben gemacht? What the fuck? Was war das denn? Was war das denn? Äh, das war mein Handy. Ich muss das mal kurz auf laufend schauen. Hier gibt's Wein! Geil! Ich habe ein Problem. Potatoes schon. Matisse! Ja, einen Moment. Wein! Was? Wein! Hier ist Wein! Ja, und? Weinkeller. Wir haben keinen Stoff, also müssen wir Wein nehmen. Achso. Hör mal rein. Nein, Christus, das ist unser Wein. Geh raus, bitte. Geh raus, bitte. Nein, nein. Und? Mach's bumm? Nein, geh weg. Wieso macht das nicht bumm? Nein, Christus, unser Wein. Geh raus. Los, raus. Weg. 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 Krieg ich die P90? Autsch. Ach man, wieso nicht? Ich komm an Stellen hin? Und bitte vielleicht, wenn ich bitte sage. Was macht ihr hier schon wieder, Alter? Wenn ich bitte sage. Ich will die aber haben, kann mal einer bitte? Kann der? Die wird mit David Kahn. Nein, die möchte ich nicht haben. Bitte mal, ist das ein Small? Ist äh, Brandgranate. Ja, Mann! Äh, kann mir niemand sagen, wer noch lebt? Ja, du. Ja, du. Warte mal, es tut weh. Wo sind die ganzen Tote hier? Keine Ahnung, ich hab noch nicht einen gesehen, Alter. Ich auch nicht. Ich renne durch die Gegend und bis auf Sonny hab ich hier noch keinen gesehen. Hey! Lass es es! Oh Gott. Sag ich doch. Ach, Mann. Wo ist er denn? Hier. Hallo. Da hinten weggeschossen. Wie ist es denn alles? Nee, das gibt es doch nicht. Du stirbst gar nicht. Ach, Sascha, war es wirklich. Wie geil habe ich jetzt das gemerkt. Warum liegt die überall Blut? Ja, weil ich angeschossen wurde. Warum liegt hier Stroh? Weil du etwas zu fragen hast. Ah, hier liegt Sascha. Wo ist die, wie liegt die auch noch? Ey, was ist das? Wie liegt Mellon? Macht ihr denn, Kinas? Surprise! Nee, warte, ich bin es nicht. Oh Gott, was mache ich jetzt? Nee, warte, ich muss mal kurz die Tür zu machen. Nein, du bist es nicht. Ich bin es nicht. Nee, nee. Nee, nee. Das ist eine Anzeige später, ne? Ja, ich bin es nicht. Hallo, Katze. Ich bin ja alleine. Ja. Lass mich. Du bist es nicht, ne? Nein, ich bin es nicht. Es ist Potato. Ja, vor allem der DT ist es. Ja. Komm schon. Das funktioniert nicht. Oh, einmal. Nee, nee, so nicht. Sascha, was wusste ich, wie geil, ey. Ich wusste nicht, dass man dann hängen bleibt und nicht mehr laufen kann. Okay, das wusste ich auch nicht. Was denn? Er hat Sparta-Kick benutzt und ich konnte mich auch immer nicht mehr bewegen. Das ist interessant. Aber du hast überlebt. Stunt hat er. Er wurde wiederbelebt. Und hat danach wieder gestorben. GG. Okay, DJ so scheiße. Das ist nicht gelohnt, ne? Hä? Ja, definitiv. Aber das Barfen-Kick hat halt den großen Nachteil, dass man sich mit dem absolut nicht heilen kann. Der braucht leider viel zu lange. Der braucht leider viel zu lange. Voll, rede Sascha rein. Jetzt habe ich nichts mehr. Sonic! Hi! Das Barfen-Kick ist ein Slot-Hard-Wand. Man kann ihn nicht wegwerfen. Hey! Dem ist bestens kann man sich keine E-Bing-Alten-Sie kaufen. Ah! Was machen wir denn jetzt schon? Ist das Tittik? Ich hoffe, wir kaufen Wohledoser. Er hat wieder Knallhart für sich, weinzureden. Aber er hat das gar nicht geschafft. Ach so! Ja, bei mir hatte Sascha schon lange aufgehört zu reden. Weil ich geschwachen habe. Ich bin ein Schilder. Auf jeden Fall. Ich war ganz böse. Ich habe die Scheiben zerstört. Oh nein! Ja, ich spreng jetzt hier raus. Ja, Bann-Hacker. Du bist ja neuer Joker. War es keine Waffe? Wollen wir heute Lahn-Party, sagt ihr? Nein. Lahn-Party? Lahn-Party? Ich habe mal XP drauf. Das ist dieses Lahn-Party. Das kennt man heutzutage nicht mehr. Nein. Wollen wir lang? Ja, lalalalalalalala. Ja, lalalalalalalala. Ah, der war ein Keller hier. Oh ja. Hallo. Stevie. Ja, hier liegt schön viel rein. Ich bin eine Pflanze. Ein Erzi. Ich bin eine Pflanze. Ich darf nicht mal ne Waffe haben. Ey, ich hatte nur eine Waffe. Du bist so ein Lutscher. Ey, du bist echt ein Detektiv. Du bist so ein Lutscher, Stevie. Oh, die Handkampf. Oh, die Handkampf, oder was? Wir schützen mich aber auch wenigstens. Hallo. Wer geht nicht mehr schwimmen? Alles Sonic töten. Kannst du wieder, wenn ich Traitor bin? Sonic töten. Sonic töten. Die Firm, oder was? Gib mir die. Nein, der kann sich nicht wehren. Halt die Fresse, Alter. Das kriegst du wieder. Ich wurde vergiftet. Das geht? Du, Stevie, du bist jetzt so einer Todesdiste, Alter. Ich verstehe mich jetzt erstmal wieder als Sonic. Ich hab ne Rästhetik. Ich weiß, dass du es bist. Was? Wo bist du? Du kannst doch gar nicht sehen, wenn die Pflanze ne Waffe hat, weil die Pflanze getarnt ist. Ich bin gleich tot. Warum? Weil ich vergiftet wurde. Kann man das heilen, irgendwie? Ey, das ist ein Rästhetik. Ey, ich weiß, wer es ist. Ja, das haben wir schon gecallt. Wo ist er denn? Der, bei einem Computer. Ach, da hinter dir. Ja, ich bin tot, alles klar. Oh, da haben wir noch was gesagt. Äh, Rotator ist tot. Äh, ich hab mal, äh, Dieter gerufen. Ah, äh, ich schon da. Warum möchtest du denn umgekehrt? Hallo, S-Tetik. Ich hab keine Schraße daraus gekriegt. Ich hab keine Punkte daraus gekriegt. S-Tetik ist tot. Aber das war es immer. Ich weiß, ich kann ihn nicht wiederbernehmen. Ich hab keine im Defizit. Wir willst du aus einem Inno auch Punkte rauskriegen. Das war ein... Dibi, hier ist ein Traitor. Hier kannst du Punkte rausholen. Ja. Und da ich ihn auch angeklickt hab, äh, kannst du sehen, dass ich es nicht war. Ich gehe erstmal in diesen... ...zerstörten... ...weg hin. Ähm... Hallo, Nemesis. Hallo, Mattis. Hallo, Sonic. Was ist denn das Smog? Wolltest du Erzli nicht wiederholen? Äh, ne, leider nicht. Schade. Dann muss ich wirklich suchen gehen. Waren noch Punkte drin? Wir wurden ja alle weggenommen. Ja, einen Punkt. Ja, okay. Ja, ne, bei Bleddick machten wir noch... Ja, da ist jemand gestorben, denk ich mal. Ich glaub, Atta hat gerade einen umgelegt. Wer hat die Pflanze umge... Ja, Atta ist... Was? Atta hat gerade das Gold umgelegt. Hey, wieso? Sorry, 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 sorry. Ah. Ich glaub, Sonic ist nicht cool. Oh, hä, ich war gar nicht in der Nähe. Hey, hallo? Doch, 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 doch. Du bist mir entgegengerannt. Nein. Von der Weiche weg. Ich such dich jetzt. Du bist tot. Ich such ihn auch. Ich auch. Ja, so ein Schmarschen. Er ist nicht beim Pool. Meinst du, ich hab das nicht gehört und hab dann auf den Boden gelegt? Ich hab die Waffe gehört, ich hab dich mit der Waffe weglaufen sehen und ich hab auf der Weiche gesehen, dass sie durch die Waffe gestorben ist. Ich will, dass du stirbst. Ich hab die GSG. Und suche du noch. Ja, du hattest die Shotgun. Nein, habe ich nicht. Hattest du. Alter, geht doch. Ich muss Stevie verfolgen. Warum muss Stevie verfolgen? Also, von der Brücke aus komme ich jetzt. Du willst es doch. Du willst... Nein, 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 nein. Der hat sich versteckt. Niemals. Nein, die weg. Der hat sich versteckt. Stevie hat... Wo seid ihr denn alle? Wait. Was? Ja, das wüsstest du wohl gerne. Sonic? Sonic? Ich musste nur Stevie töten. Tut mir leid, wenn alle andere gestorben sind dabei. Ja, das... Achter, ist der hier bei der Lobby des Hotels? Der ist gerade nach oben gelaufen. Atta, komm her. Ja. Warte kurz. Willst du hin? Nein! Ach, Atta. Ey, ist nicht dein Ernst? Du bist jetzt echt weggekommen. Jetzt rede wenigstens mit mir. Wer denn? Atta. Und du auch. Sonic ist so gut wie tot. Ja, Atta auch. Der ist rot. Aber ich denke, der heilt sich jetzt nicht rot. Ja, Sonic auch. Aber ich habe nur Handcuffs. Wo ist Atta denn hin? Kein Healpack. Ich habe nur nicht einmal von einem von euch gesehen. Ja! Du hast mich eben gerade angeguckt. Du liegst ohne rot zu wem. Ach, du bist ja schon rot. Hab Atta, hab Atta, hab Atta. Nice. Auch umgelegt? Ja. Schön. Okay, jetzt... Ich hoffe, du hast mehr Leben als ich. Ich habe 22. Ich habe 16. Zusammen haben wir mehr als Sonic. Im Keller liegt noch eine Leiche, aber ich gehe stark davon aus, dass es ein Bodyboom von Atta ist. Ja, ist ja egal. Wir wissen ja, dass es nur einen gibt. Äh, laut. Ja. Hast du eine Ahnung, wo Sonic ist? Stimmt. Er ist vorhin über die Brücke abgehauen. Da hatte ich mein Geflücht mit ihm. Aber ich habe noch Nemesis lebend. Nee, Nemesis liegt auch tot. Aha. Da liegen zwei tote Detis. Wenn du mich jetzt verarschst, ey. Nein, tu ich nicht. Da. Du siehst es. Okay. Ich habe auch seine... Uh, das ist geil. Warum glaube ich, dass Sonic mittlerweile wieder volles Leben hat? Ja, aber ich habe eine P90 gefunden. Okay. Sonic kriegt auch die Fresse. Sonic redet doch für nichts von uns. Ehrlich? Nö. Wir sind doch hier keine Hand und da. Ich kaufe nie wieder eine Kettensäge. Eine Kettensäge ist einfach. Wir sterben dann alle umdrehen. Halbwegs funktioniert, aber ich habe zum Beispiel eine Kettensäge Bullshit. Wo ist denn der Typ? Oh. Na doch, das ist er. Hast du? Ja, weil ich mache, die Kettensäge kannst du auch nicht weg. Ich kaufe nur diesen Scheiß, ey. Ich wusste schon noch nicht. Alle Trailer geholt. Scheiß, Mattyra. Hast du diese Kettensäge? Ey, ich kaufe zweimal Kommen und dann kann man die nicht weg. Kannst du schon mal. Oh, was hat die Punkte passiert? Zum Kotzen, ey. Wie du mir hinterherläufst, ich mich wegteleportiere. Was bist du denn? Was bist du denn? Aber Steleport ist ständig. Bei Trader? Ja, ja. Ach, das hat die Trader jetzt auch wieder. Stevie, du hast mich nicht kaffen dürfen. Du warst eine Pflanze. Ja, aber die Pflanze kann auch Waffen haben. Eine Undercover-Pflanze. Abschwert doch nicht. Eine Undercover-Pflanze. Ja, natürlich. Was redet ihr schon für Bullshit hier, ey? Alles. Das sind einfach alles. Nee, Stevie hat angefangen mit dem Scheiß. Ach so. Oh, Niggas. Nur weil ich ihn gehendkauft habe, weil er gesagt hat, Das kann doch nicht wahr sein. Einfach handkappen. Was ist denn? Das ist eine Undercover-Pflanze. Ich habe Bock auf den Ofenkartoffeln. Wie er nicht gestorben ist. Ich habe 100 Schusswasser auf ihn abgegeben. Ich bin auch dort, Chris. Stevie, irgendwie würde ich dich schon wieder abknallen. Aber nee, irgendwie auch nicht. Alter, weißt du was? Oh mein Gott. Ich glaube, Chris. Eine Smoke. Ja, gib sie mir. Ab, Chris. Mox, 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 Mox. Ja, von Chris getötet. Ja, Atta hat es durchgesackt. Chris ist tot. Ich war mir jetzt nur nicht sicher, ob das wieder einer seiner Franks war oder nicht. Nee, ich habe es tatsächlich auch schießen gehört. Und Mattis ist schon tot. Das kann die Wahrheit sein. So, ich will mir mal eben was tun rein. Ich habe einen Healpack jetzt dabei. Ja, ich habe auch eins jetzt. Ja, egal. Er ist doch mit Held besser. Ja. Und ich habe einen Friendship Beam von Chris aufgesammelt. Nice. Habt ihr auch den Bug? Killers. Was? Vom Healpack wegwechselt, dass ihr erstmal was anderes habt. Oh, also das Healpack nochmal. Oh, Erdbeam. Ja, ich habe ihn außerhalb der Map gesetzt. Achso. Ach, Aesthetic auch nicht. Trotzdem wackelt alles. Der eine Map am wackeln, wie Sau. Also wir haben jetzt noch Stevie und Sonic. Wer ist jetzt safe? Stevie und Sonic sind nur wir beide. Erzie? Ich bin auch noch da. Ah, okay. Und Aesthetic lebt auch noch tatsächlich. Und wird auch angezeigt. Warte mal, kann mir... Ja, Aesthetic ist hier. Sascha, Sascha, wir machen jetzt eine Sache. Ihr seid safe. Pass mal eben auf. Wir gehen da immer in die Ecke. Pass auf, pass auf. Okay, okay. Halt mal mich im Auge. Ich schmeiße das hier weg. Und hol mal eben das hier. Dete, Hilfe! Oh Gott, alle hier. Hallo. Hallo. Du darfst dir jetzt einen aussuchen und ich suche mir einen aus. Ich, 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 ich. Ich, 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 ich. Erzie, komm her. Ich, 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 ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Nee, ich hab gesagt, Stevie sollte. Ah, okay, dann hat Stevie. Ich hab Erzie gesagt. Ich hab Stevie gesagt. Aber wenn alle hier sind, wird's wer. Okay, Erzie und Stevie sind safe. Dann sind's Sonic oder Aesthetic. Ihr könnt euch da gegenseitig machen. Wo ist Aesthetic? Wo ist Aesthetic? Nee, nee, du darfst nicht mehr getestet werden. Wo ist er? Wo ist er? Ach so, das war's. Ähm, Stevie, benutzt nochmal einmal bitte den Tester. Dann ist es 100% Aesthetic. Wo ist er denn? Der müsste gleich kaputt gehen. Komm mal her, Mensch, Brotzi. Aesthetic, warum? Warum tust du mir das an? Ich bin dafür, wir warten einfach hier. Er muss ja kommen. Ja, aber das ist auch scheiße, wenn wir jetzt Mitte zu fünft auf dem Fleck stehen. Aber dann null Chance. Ja, aber das ist irgendwie mies. Ja, ja. Wir teilen uns jetzt wieder auf. Gehen wir's hoch. Und das Geile ist, jetzt laufe ich einfach vor Sonic und gleich krieg ich eine Ladung Schroten hinterher. Nein, kriegst du nicht, Sascha. Einmal nicht, hoffnungsweise mal nicht. Machst du wenigstens, kannst du mal wenigstens ein Dingens kaufen? Ein Radar oder so, dass ich wenigstens gucken, wo er ist. Ach, hier bin ich. Mach doch mal ein Radar oder so. Da ist tot. Der war's nicht. Doch, da ist tot. Dann leben noch zwei. Dann leben noch zwei. Jetzt hab ich Angst. Jetzt hab ich Angst. Potato lebt auch noch. Potato lebt. Das hab ich überhaupt nicht mitbekommen. Okay, ich glaub, man möchte ja nicht. Ach so, normalen Defi bekommt man ja auch nicht wieder mehr. Ich hab ne, ich hab ne Poison-Gun. Was ist mein Stuhl jetzt da? Hallo, blödig. Wo ist der Puzzle? 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 Richtung, Richtung, äh, keine Ahnung wo. Wie wird der Poison-Gun abschließen? Ja, Richtung, keine Ahnung. Ich hab Poison-Gun. Hehehe. Nach hinten auf jeden Fall, wo man über die Brücke hinkommt. Wenn wir da sind, wie ich kam mit Sascha. Sonic-Gun. Sonic-Killen sofort! Ja, die Schnauze. Ja, muss ja hier sein, oder? Was ist der Puzzle? Was ist der Puzzle? Ja, Joel, nee, sorry. Ich konnte da wirklich nichts machen. Ey, ich seh da einfach nur... Du hast mal ein Haarschstuhl im Gang. Es war seh ich daneben, es ist total abgelenkt. Und danach, äh, ich seh daneben wie ein, äh, ne, ne... Und das war ein bisschen scheiße jetzt, glaub ich. Dann sagst du, warum hast du das getan? Also, ist tut mir leid. Tut mir leid, das Tätik, ich konnte wirklich nichts machen. Ja, ihr habt recht gehabt, dass ich in dem Moment aus dem Raum kam. Hehehe. Puzz. Ich hab ne leicht dezenter Altsame. Ah, ne, mein Täter. Alter. Ich will auch, ich will auch, ich will auch. Ich sag auch immer, wer es ist, und du knallst ihn ab, irgendwie. Also, ich seh unsere Punkte jetzt mal als Team-Effort an, ja? Niemals. Hat ich mit wem gemacht. Wir haben zusammen, ähm, 76 Punkte. Hahaha. Hahaha. So. Mehr als der Rest auf dem 2 Mal zusammen. Ja. Also Sascha und ich gewinnen. Hahaha. Äh, abgelehnt. Richtig. Dem stimmt. Gewinne ich alleine jetzt auch genommen. Wieso hat Sascha immer so viele Punkte? Weil ich jetzt in den letzten 2 Grundenfluss Traitor getwittert habe. Das ist, das ist ne Lüge. Nein, das ist echt so. Bibi, wirst du dich wieder den ganzen Geld haben, zerstören, oder was? Was machst du da, blädig? Lass doch die armen Scheiben in Ruhe. Äh. Es ist Sonic, 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 Sonic. Alles klar. Es lo. Oh. Er schießt nur den LNHP. Oh fuck. This is it. Gleich die Wutze voll. Sonic, Chris? Wie, die Rebensobung? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. hier futtert noch irgendwo einer ich nicht wer ist denn noch ausgerufen wollen eben so eine lüge der täter hat sich weggeschmissen und kriss hat ich habe sie mal aufgenommen Ok er ist wieder einmal gestorben wie immer und der andere in der potato oder erst fertig wenn ich schon wieder ich bin ich bei mir und innocent lese ja es sind uns ist die wie das läuft schon die ganze zeitraum ey lass doch mal man das ist doch jetzt unfair ne das ist es nicht nur weil die da so fest hängen jo aesthetic müsste der trainer sein er folgt mir wie so ein junger gott das weiß ich es aber dann mal ganz klar also ich sehe noch drei punkte sind also mit mir sind wir zu viert ich finde waffel in der hand 90 immer noch die idee geschmissen hat nein deswegen bin ich gemütet ich glaube ich muss jetzt oder kinas muss ich jetzt oder kommen bei mir hat letztens auch keine gemacht wir machen noch eine kommen was so kurz da muss ich mich aber wieder muten tschüss was denn los warum warum äh äh da ist hinter mir alles geschossen was ist die schatten merkel wo auch schon mal gar nicht jetzt nicht die leute nun schon ich habe auch schon gesagt aber er hat er gehört dass die leute die leute die leute der schluss kann ich noch mal die aber die er du es nicht ist für die haus Kines Nürnberg Rp Nürnberg auch gibt es diese dämliche Ecke jetzt noch den Regen Schmerz mit Tauern zerstören so und seit die Schmerz ist jetzt schon die Räume an der meisten Salz von zwei Jahren Bollner es hat und ich und mein Salz ich und mein Salz Salz, 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 salz. Ja, genau. Einfach mal das Lied umtexten. Ja, aber das mache ich. Ich habe schon einen Text geschrieben. Ich bekomme ein Thema und es heißt Salz. Ja, Steven. Atta schmeißt gerade die Leichen vom Dach. Der Tag beginnt. Ja, weil die Leichen liegt. Ey, der Tag endet. Er bekommt einen Dach. Ja, Atta ist. Er hat einen Bodyboom runtergeschmissen. Noll. Da ist Atta hier. Du kannst salzig machen. Du kannst salzig werden. Noll, da ist einer gestorben vor meinen Augen. Hat er am dringsten Musikvideo auf deinem Kanal? Da ist einer gestorben, Steven, da hinten. Und vor meinen Augen wurde er erschossen. Ich trau dir nicht. Ich bin aufpassen. Warum nicht? Guck doch selber. Unter der Treppe. Ich sehe hinten. Verarsch. Ja, guck da, sag ich doch. Okay, Erzie. Ja, ich habe keine Lust mehr. Finde ich auch nicht gut. Schön, dass du den Bulldozer gekauft hast. Ja, aber... Atta war es nicht schnell genug mit der Fake, sonst hättest du mich damit erwischt. Ich habe es weiter runtergeschmissen. So, Kinders und salzige Boys. Meine Single gibt es dann bald auf iTunes. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und die Links zu den anderen findet ihr wie immer in der Beschreibung. Checkt diese auch mal ab. Und seid bei der nächsten Folge dabei, wenn es weitergeht mit Salz und Tee. Bis dann. Ciao. Und tschüss. Daumen nach oben. Bis dann.